Eins, zwei, drei und vier. Gut. Guck mal die Eile an, also. Ja, Alter, du bist wieder Roboter. R2-D2 schlägt zu. Ja, jetzt können wir auch das wieder leichter abbauen. Entschuldigung, falls mein Internet gerade so toll ist. Da kannst du nichts dafür. Ja, weil quasi, wenn man irgendwas downloaden muss. Kein Problem. Die Diner mit dem Rad wieder. Ja, ja. Hier können wir erstmal einen Guide und irgendeinen anderen, oder soll ich schon mal hier oben weiterbrauchen? Ne, ne, lass das mal, wir brauchen nicht so viel jetzt. Wir müssen erstmal schauen, dass wir erkunden und gleichzeitig alles mögliche sammeln, weil... Schau mal unser Inventar an, wir haben gar nichts. Ich hab ein paar Eicheln, die würde ich erstmal pflanzen, ja? Genau, pflanze die Welt wieder neu, besame sie. Das klingt doch gar nicht falsch. Leute, die kann man jetzt nicht mehr aus diesen Halfdingern, sondern du musst die jetzt zwischen... Sein schon. ...zwischen rollen, packen. Ey, willst du noch meine haben? Ne, ne. Ich hab ja noch 23. Kannst deiner Welt selber besamen, ich besame meine eigene. Ich besame meine Welt hier. Alter, das Auge, das tut mir irgendwie voll leid. Sieht voll komisch aus. Lass es verkrüppeln, es hat's verdient. Äh, wir können sogar Icebricks hier machen. Ja, guck mal hier. Hm. Guck mal, ich bewege mich ganz langsam. Und du rutschst auch noch. Drei Schläge. Ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab noch vier Fackeln. Wo hast du die restlichen hingetan? Verbaut. Symmetrie. Unten Symmetrie. Nein, nicht ganz oben. Oben schaut scheiße aus. Ja? Ja, eins weiter runter. Nein. Warum muss mir das genau da ausgehen? Wie viel sind das ungefähr? Das sind noch... Ah, ich nehm mal 20. Ja, wollte ich gerade sagen, 20 nehm ich immer, wenn sowas kleines ist. Gut. Ein Stuhl reicht, gell? Ja. Zwei Stühle, zwei Tische und noch zwei Türen. Symmetrie. Wir können erstmal oben das machen, das Haus können wir erst später machen. Ja, ja, kein Thema. Das Auge fliegt immer weiter runter. Es verschwindet irgendwann da unten. Eins, zwei. So. Oder mach mal genau hier. Mach's halt besser aus. Nee. Ich finde dann, mach hier so einen Platz mindestens, oder? Okay. So ein Block nur Platz, weil das sieht viel geil aus, finde ich immer. So, dann ist das wie so. Ja, finde ich, sieht geil aus, oder? Ja, okay. Ja, so mach ich immer meine Häuser. Hä? Ah, ich hab ja vergessen. Ja, das ist... Nein, voll viele Texturen sind durch dich geil geworden. Ja, das ist... Ah, nein! Ah, doch, passt perfekt. Yay! Gut, dann machen wir mal hier den Tisch. Hier den Stuhl. Alter, wie langsam wir sind. Im Vergleich zu unseren High-Charakteren da. Ja. Das ist ja lahmarschig. Ich bin schneller. Okay, dann, welche Seite gehen wir heute? Gehen wir nach? Genau, warte, warte. Erstmal muss ich das so zeigen. Wir gehen heute noch links. Da. Hey, ist da Corruption? Hey, Alter, wie geil! Wenn du irgendwo drüber fährst, ja, mit deiner Maus, ein bisschen so über der Erde, dann siehst du da Tombstone und Trees und alles Mögliche. Wenn du auch näher zoomst. Wenn du auf der Map bist, ja? Ja. Oder wenn du in unserem Haus die Fackeln anschaust mit der Maus, da steht auch drüber Torch. Ja, jetzt, Beispiel, wenn ich auf Workbench, Door, Table, Chair... Wir gehen und suchen uns die Daybloom. Ja, und das ist der Guide. Was? Ja, und der sucht sich schon sein Haus. Warte, das setze ich ihm schnell. Ah, der hat sich schon reingesetzt. Call the Guide. Pff, der kann mich mal. Was ist das? Ah. Ah, ist Blume! Was steht denn eigentlich da? Headbreakers, Vital Organs, Ver-Rub. Hm, lecker. Ach, bauen wir einfach alles ab. Steine auch. Brauchen wir. Kannst direkt die Mini-Steine da mitnehmen. Warte, ich hab... Alter, wie lange braucht man jetzt für Steine? Äh, ich weiß nicht. Wahrscheinlich braucht man da eine weitere. Hä? Ach so. Ich hab Blueberries mitbekommen. Can be placed material used to make blue dye. Ah, blaue Farbe. Dann können wir uns eine blaue Rüstung machen. Yay. Äh, du halt. Ich mag das nicht blau. Oder weißt du, wie wir machen? Du läufst mit deiner Lieblingsfarbe rum. Oh. Ja, und ich lauf mit meiner rum. Eigentlich hab ich keine richtige Lieblingsfarbe. Ach, egal. Ich auch nicht, aber ich hab Farben, die ich lieber mag. Ähm, Dude, du musst mal für drei, vier... Wow, auf H-Step kannst du jetzt hochspringen. Äh, du musst fünf Sekunden oder zehn Sekunden allein unterhalter spielen. Okay, ich bin allein unterhalter. Das ist mein neuer Job. Ja, ich baue jetzt erstmal... Kann man das nicht abbauen? Ich bin nur in meinem Zimmer, muss ich schnell was holen. YOLO! Ich hab's geschafft. Ich baue die ganzen Bäume weiter. Ja, ich baue hier ein bisschen Stein ab. Ja, genau, Stein brauchen wir für die Öfen. Dann brauchen wir Holz für alles andere, für unsere Holzrüstung. Die wir uns nicht gleich bauen können. Ach, gut. Ja, das ist drei Defense, die wir bekommen, also. Ja, besser als gar nix, weil siehst du, wie viele Ores haben wir jetzt gerade gefunden außer Lead Ore? Die neun Stück. Gar nix. Ja, ich sterb hier fast schon. Ja, und drei Defense ist ja besser als gar nix. Klar, mit unserer High-End-Rüstung von... mit der anderen Welt kommen wir halt weiter, aber... Jetzt haben wir ganz neu angefangen, also. Lass geht's! Okay, warte, ich komm schon. Ich will so weit, ja, hey, hey, hey. Not yet. Oh, da ist schon wieder Lead Ore. Eine ganz fette Ader Lead Ore. Ja, mich killt gerade irgendwie so ein Schaf. Ja, das fliegende Schaf, hast du das auch gesehen eigentlich? Nein, leider nicht. Mann, das war so komisch. Das war irgendwie so ein fliegendes Schaf. Ich konnte das nicht definieren. Magst du mal das Clay abbauen auch noch? Da unten, das Clay und... Hase, Hase, Hase! Oh, ich vermiss die schon, richtig. Und, ist da eine Kiste? Nein. Aber da ist schon wieder so ein Topf. Oh, na, tschau. Oh, ich hab einen alten Grabstein erwischt. Geil. Den schau ich mir gleich an. Wenn ich das Ohr abgebaut hab. Ich hab Schurikens! Ah, Tin-Ohr. Tin-Ohr? Was ist das denn für ein komisches Ding? Keine Ahnung. Ach, das ist auch... Wie sieht das denn bitte aus? Ich hab Tin-Ohr. Das war so ein komisches... Ey, du hast den ganz alten Grabstein wieder. Ja, den. Unseren alten. 1.1.2. Das waren noch Zeiten. Ein Haar, sein Haar, sein Haar. Look it. Ich warte auf dich, wenn du bis hierher kommst. Ich baue da mal den Baum ab. Oh, guck mal, da ist schon wieder ein Hase. Komm mal her, ich zeig dir den richtigen Hase. Ja. Hey, Will. Nicht diese Werbung. Nein, die Werbung werde ich jetzt nicht als Video irgendwie zeigen. Wäre ja richtig billig. Ja, wow. 20 Leben verliert er gleich. Ja. Hä? Wir haben die... Hä? Wir kriegen die ganz am Anfang schon? Die Died Raider. Oh, Mann. Damit können wir halt Farben und so weiter mischen und so. Komm mal her. Ich baue so lange du kurz das noch ab, ja? Okay, dann komm mal her, weil wir haben jetzt 325 Holz, alleine ich. Ja, ich will auch noch Holz im Inventar bitte haben, ja? Komm. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, schau her. Tsch, warte, warte, warte. Schau her. Ist was wichtiges. Tsch, ist was wichtiges. Baby, schau's aus, als würde dich das ganze Holz umarmen. Blablabla. No, 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 no. Schau mal. Schau mal. YOLO! Ich hab 21 Rope bekommen. Ja? Ja, jetzt können wir uns hochgraben. Schau, warte, ich zeig dir das. Ich hab doch... Das wollte ich dir vorhin ja zeigen. Pass auf. Du bist so ein Digger. Cheater! Nimm erstmal auch das Cockrab mit. Ich geh so einfach hier in die Höhle. Ich seh nichts hier. Ich auch nicht. Oh, ich hab ne Kiste, gut so. Ich will aber auch schauen, was ist da drin? Ich muss das neue zeigen. Da ist nur Liedbarren, mehr nicht. Laber nicht, da ist bestimmt noch mehr. Da war noch ein Guardian-Angelet. Egglet. Uh, ich will auch mal neue Ausrüstung haben. Dann nimm du die Box mit. Okay. Du kriegst dafür... Jetzt soll man das auch noch mit der Spitzhacke abbauen. Was soll der Scheiß? Ich jetzt nicht mehr mit dem Hammer? Ja. Aber die kann man immer noch mit Rechtsklick nehmen. Ach, verdammt. Dann mach ich's eben so. Ja, passt. Springt er mir ins Face. Was soll die Scheiße? Gut, da baue ich das jetzt ein bisschen ab. Und wir springen hoch. Warte. Weißt du was? Ich baue mir das ab unserem Weg nach oben, dann ver... Ach. Mach schnell. Mach schnell, ich kann mich nicht mehr lange halten. Der ist doch veröffentlicht. Oh, da. Was? Was machst du? Wieso baust du das runter? Das weiß ich nicht. Ach so, das macht es automatisch. Nein. Ich vergesse es. Das schaffst du nicht. Jetzt musst du links hoch. Komm, ich gebe dir meine Hand. Oh, geil. Nein, links hoch auf das Clay. Das Problem ist, guck doch mal. Er kommt schon zu dir. Los. Ja. Das ist ja richtig. Dein Ernst? Ja. Nein. Okay, warte, warte. Los, jetzt musst du es schaffen. Alter. Die Slimes. Das ist ein OP. Warte. Okay, er hat sich festgebracht. Das gibt es doch nicht. Ey, das ist ein Seil. Das muss er noch... Nicht mit mir. Okay, warte, bevor du stirbst. Ich probiere es so lange. Ja. Jetzt komme ich und mache es first try, oder? First try? Siehst du? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, du baust die dann nach unten. Nein. Okay, warte. Jetzt machen wir es. Ach so, geht so. Na toll, jetzt ist Nacht. Jetzt я noch was.